Die Sterbefalle Die Sterbefalle manche manche nie von verschiedenen Städten auf der Welt, für diese wie ich. Die Sterben ist den 3. Oktober 123. Wettmann Dianne L. Worms, im Aller von 77 Jahren, 2 Monate und 5 Jahre, von Deutsch City, Kansas, USA, seine Frühweggeborene Susanna Perl Cradgethead. Die Sterben ist den 3. Oktober 123, Wettfrüh, David Wieb, von Gebäude Katharina Brünn-Klusen, im Aller von 100 Jahren, 1 Monate und 5 Jahre, von Dintour, Manitouba, Kanada, der Mondstarf, den 4. in den März, und 25. Die Sterben ist den 3. Oktober 123, Wettfrüh, von Gebäude Katharina Brünn-Klusen, im Aller von 100 Jahren, 2 Monate und 5 Jahre, von Dintour, Manitouba, Kanada, seine Früh aus, Adina Brünn-Plat. Die Sterben ist den 3. Oktober 123, Wettfrüh, Johon Fär, Wadra, gebührende Aganöte, Nettig, Giesbräuch, Rampel, im Aller von 60. Jahr, auf Monat, Benja Feierdeau, von Winkler, Manitouba, Kanada, der Mondstarf, den 22. September, und in Nintinigen, die Sterben ist den 3. Oktober 123, Wettfrüh, Henry Gordon Perclusen, im Aller von 50. Jahr, auf Monat, Nintinigen, von Winkler, Manitouba, Kanada, seine Früh ausgeborene Cindy Lee Joyal. Die Sterben ist den 3. Oktober 123, Wettfrüh, Alvin Taylor Neffeld, im Aller von 30. Jahr, von Sandy Lenz, Manitouba, Kanada, seine Früh ausgeborene Shaini Michelle Ernst, seine älterin Jakob und Wettfrüh, Katharina Kettler. Gestorfen ist den 4. Oktober 123, Lady Margaret Luson-Wolf, im Aller von 90. Jahr, einen Monat, im Piefdeau. Seien wir nicht befrieden, und wir Missionär, von Altona, Manitouba, Kanada, ihre älterin Wieren Martin in Sarah Klosen. Gestorfen ist den 4. Oktober 123, Franz Ams Rampel, im Aller von 77. Jahr, neigen Monat, in Achtendau, von Alma, Ontario, Kanada, verheirbohrenhof Gewaß an Paraguay, seine Früh ausgeborene Anna Ferdick. Gestorfen ist den 6. Oktober 123, Wettfrüh, Gap Boyen Thiessen, geborene Elisabeth Hiebert Haubrund, im Aller von 92. Jahr, 7 Monat, in Achtendau, seit wir zwei Däu krank waren, von Dintoul, Manu, Home, Manitouba, Kanada. Perher wohnhof Gewaß an Paraguay, im Aller von 73. Jahr, 8 Monat, in Achtendau, gestorfen ist den 6. Oktober 123, Wettfrüh, Ubrum, Freuys, also geborene Leina Ferdick, im Aller von 73. Jahr, 8 Monat, in Achtendau, von Kalani, Barichthol, Paraguay. Gestorfen ist den 4. Oktober 123, Wettfrüh, Jakob Wilns, geborene Kati Joitsweeb, im Aller von 72. Jahr, 8 Monat, in Achtendau, in Britisch, Kanada. Perher wohnhof Gewaß an Paranham, Kalani, Paraguay. Gestorfen ist den 5. Oktober 123, zwang, Ledia, Irene Panathisen, in Aller von 53. Jahr, so Hauff und Narw wohnhof Gewaß an Paranham, in Achtendau, puraß勝chen ist den 5. Oktober 123. Wettfried Peter Dridja Boyne, Jeburne Marguerite Remer Poitker, im Aller von 19. Jahr, drei Monate, vor 25. Jahr, von Port Rowan, Ontario, Kanada. Ehrmund starfte im 14. Jahr, 19. 25. 25. 25. 26. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Loma Plata, Paraguay. Sie sind früh wie geboren Anna Brün, Friesen. Sie starben als den 7. Oktober 123. Wiedmung Predja Bienthibat, Wiedmung. Im Erlaub von 98, 99 Monat in 7. Jahr. Von Neverville, Manitoba, Kanada. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen, 13. Sie starb den 7. Juni 2020. Sie starben als den 7. Oktober 123. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen, 13. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen, 13. Im Erlaub von 58, 7. Monat in 19. Jahr. Sie haben schwer und schief gelesen. Von Seminole, Texas, USA. Er ist der Mann wie Peter Knallsen-Horms. Der zweite Mann wie Henrik Läuven. Sie starben als den 7. Oktober 123. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen. Im Erlaub von 99, 99 Monat in 19. Jahr. Von Lalita, Südmano, Paraguay. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen, 13. Monat in 19. Jahr. Sie sind früh wie geboren Anna Friesen, 13. Monat in 19. Jahr. Sie sind früh als geboren Elisabeth Piep, Barschmann. Sie starben als den 8. Oktober 123. 23 finde ich Wiedmont Klusfer Klusen. Im Aller von 30 Jahren, drei Monate, erneut finde ich die auch. Heute hat es schwer und schief gelesen, von Kampotien, Hochfeld, Hocktemok, Chihuahua, Mexiko. Früh wie geborene Anna Friesen Niederf. Sie starfte im 3. Juni, ohne 23 Tieren. Gestorfen erst den 9. Oktober, und 23 finde ich, früh Henrik Niefeld, Niefeld. Geborene Maria Peitko Klusen, im Aller von 70 Jahren, fünf Monate, auf der, in das Jahr krank gewesen, in der letzten Woche, schwer krank, in Bauisland, am Krankenhaus. Sie starven von Gracie Lake, Alberta, Kanada. Vorher Wohnhof gewesen an Campo 5, Kapolín, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Mexiko. Sie starven erst den 9. Oktober, 123, früh Diakon Cornolius Woldeck. Geborene Helena Friesen Friesen, im Aller von 77 Jahren, acht Monate, in Tiendio. Seit als viel krank gewesen, von Blumenthal, Campo 7, Tieren, Nuevo Ideal, Durango, Mexiko. Sie starven erst den 7. Oktober, 123, im Aller von 78 Jahren, neigen Monat, in Tiendio, von Navarro, Manitoba, Kanada. Sie sind früh wie Geborene Anna Friesen, 13, sei starf den 7. Januar, 120, 20. Sie starven erst den 10. Oktober, 120, 23, früh Diakon Cornolius Woldeck. Geborene Anna Knalsen, im Aller von 29 Jahren, Feiermonat, 13, sei starf die Geburt, von Campo 6, in Holf A, Guadalupe, Chihuahua, Mexiko. So hängelad er in Euremon, Feierjunges, in Eure Bebedochter. Sie starven erst den 7. Oktober, 123, früh Diakon Cornolius Woldeck, Edwin Friesen, Leuven, im Aller von 90 Jahren, auf Monat, in Feierdeau, von Stembauch, Manitoba, Kanada. Sie sind früh erst die Geborene Mary Friesen, Diakon. Sie starven erst den 10. Oktober, 123, früh Diakon Cornolius Woldeck, im Aller von 92 Jahren, 10 Monat, in Eindach, von Pflegeheim, Loma Plata, Paraguay, Feierwohnhof, Gewaß, an Waldheim, Nordmennow, Paraguay, seine frühe Geborene Halayner Südermann. Sie starven erst den 6. Oktober, 123, wird früh David Poiunga, Geborene Tina Rämmer, Isaacs, im Aller von 6. Tag, 23, 10 Monat, in Achtjau, von Winnipeit, Manitoba, Kanada, Feierwohnhof, Gewaß, an Ukrainien, Ihr Mond starf, den 6. Oktober, 120, saßt hier. Sie starven erst den 8. Oktober, 123, Lady Jörg, Luz, Leuven, 4, im Aller von 72 Jahren, Feiermonat, in Drettchendio, von Winkler, Manitoba, Kanada, von Herwohnhof, Gewaß, an Rhein-Palt, Manitoba, Kanada, seine alten Bühlen, Julius, in Katharina, Leuven. Sie starven erst den 8. Oktober, 123, Frau Pater Rampel, Friesen, Geborene Margaret Lemke, Andrew, im Aller von 93 Jahren, Fiefmonat, in Drettchendio, von Winkler, Manitoba, Kanada, der erste Mond, wie Hermann Niefeld, wie... Sie starven erst den 7. Oktober, 23, wird früh John George Dardson, Geborene Hallen, Dettklusen, im Aller von 101 Jura, Fiefmonat, in Katharina, von Dammu, Manitoba, Kanada, Ermon, starf den 3. Mai 20, sorry, Männchen, Feiernehmlich. Löt mit dessen auch einen Weg in Rügen schlupf hängen, Löt all das Schleifte verschwingen, und da hat mich mit den Segen teil, Körper und Säule, und Blut mit all das Tüttliche Haben geht, Bränen und Tüten und auch Däubot zu meinem Kussgehirn, sind alle an den Schütz geschlossen, und bevor mich vergrüllen in Eulag, Löt an mich keine Krankheit abwägen, der Krieg und Hungerschnout und Butterschnout und Schlammerkrankheiten in Haus gedauert von an sich jähn, war ich heulen, Löt mich nicht an Sünden stürmen, oder mein Körper in Säule verdorben. Oh, du groter Gott, Herr, ich bot dein Kind gebührt, Herr Gäusses, die will ich immer an ihren heulen, lieb du meine Schülerin in Ruhe, du wird voller Gäuss, bot du Freund und Träuste heute, hier mein Ohnlegen im Brachen. Amen. Jo, und Josie Neumann soll das besieren. Amen.